Herzlich Willkommen in der Praxis von Dr. Christine Diebner. Ihre Bedürfnisse und Wünsche sind uns wichtig. Seit 1980 sind wir für Sie in Böhnen und der Umgebung da. In dieser Zeit hat es viele Fortschritte und Entwicklungen in der Zahnhellkunde gegeben, aber eines ist gleich geblieben. Jeder Mensch wünscht sich eine individuelle Begleitung auf seinem angstfreien Weg zu gesunden, schönen Zähnen. Entdecken Sie, wie bei uns in angenehmer und vertrauensvoller Atmosphäre Lösungen für Ihre Fragen und Probleme finden können. Unsere Zahnärzte und das freundliche und einfühlsame Mitarbeiterinnen-Team stellt Ihnen gerne unser außergewöhnliches Behandlungsspektrum vor. Weil jeder Mensch etwas Besonderes ist und weil Sie das Außergewöhnliche mögen.